Physik Philosophen von Philosophie, altgriechisch Liebe zur Weisheit, wollen die Welt und die menschliche Existenz verstehen und beschreiben. Physik kann als Teilgebiet der Philosophie gesehen werden, das die grundlegenden Phänomene der Natur untersucht. Physik heißt Natur auf Griechisch. Roger Bacon, Galileo Galilei, Isaac Newton und Albert Einstein waren alle Physiker. Theoretische Physiker verleihen Modelle der Naturgesetze an Wissenschaftler und an Techniker. Sehr grob zusammengefasst kann man sagen, dass heute theoretische Physiker, wie zum Beispiel David Tong, behaupten, dass alles im Universum aus einem Feld entsteht. Sie sagen dazu Quantum-Feld. Feld steht hier für die räumliche Verteilung der Eigenschaften eines Objektes. Quantum heißt hier, dass die Größe dieser Eigenschaften bestimmbar ist. Das Feld fluktuiert, das heißt es gibt immer zufällige Änderungen. Hier werden diese Vakuumfluktuationen dargestellt. Das magnetische Feld, das wir uns um einen Magnet vorstellen, wäre ein Teil vom Feld, aus dem das Universum entsteht. Das gleiche gilt für das Gravitationsfeld, das wir uns zum Beispiel um unsere Sonne vorstellen und die daraus resultierende Anziehungskraft. Basiert auf der Mathematik des elektromagnetischen Felds und des Gravitationsfelds kalkulieren theoretische Physiker eine theoretische mathematische Beschreibung des Quantum-Feldes. Wiederherum, aus gebündelter Energie dieses Feldes können auch Teilchen entstehen. Aus diesem Teilchen bestehen zum Beispiel die Eisenatome, aus dem der Magnet gemacht ist, den wir dann in der Hand halten können. Materie zum Beispiel, aus der, wie wir uns vorstellen, ein Magnet entstehen würde, wäre dann gebundelte Energie aus dem Feld, aus dem das Universum entsteht. In diesem Modell kommen vier Grundkräfte der Physik- oder Naturkräfte ins Spiel. Die Gravitation, auch Schwerkraft genannt, Isaac Newton. Die elektromagnetische Wechselwirkung, James Clerk Maxwell und Michael Faraday. Weil man sonst nicht erklären kann, warum Teilchen in Atomen zusammenbleiben, kommen auch dazu schwache Wechselwirkung zwischen manchen Teilchen, Enrico Fermi, James Chadwick und viele andere. Starke Wechselwirkung zwischen den Teilchen, aus denen die Atomen entstehen. Eugen Wigner. Wie wir wissen, können wir das elektromagnetische Feld so beeinflussen, dass wir auch unsere Stimme und Musik in sehr große Entfernungen übertragen können. Und es geht so. Wir können durch einen elektrischen Leiter, zum Beispiel ein Draht, einen zeitlich schnell veränderlichen Strom fließen lassen. Es entstehen dann ein Feld aus der elektrischen und aus der magnetischen Feldkomponenten. E-Feld und H-Feld. So funktioniert auch eine Antenne. Unser Signal oder die Energie um unseren Draht breitet sich dann aus wie eine Welle, strahlenförmig ausgehend, also radial, weshalb wir Radio sagen. Wenn wir zur Größe oder Länge der Welle unseren Signals Veränderungen geben, die den Schwankungen unserer Stimme entsprechen, aufgenommen durch ein Mikrofon zum Beispiel, haben wir unser Signal moduliert und damit Information per Funk ausgestrahlt. Nach einer Prüfung dürfen Funkamateure beim Amateurfunkdienst als Hobby teilnehmen, um Funktechnik selbst zu studieren, um untereinander zu kommunizieren, um technische Untersuchungen auszuführen. und mit demономen Verschmonte? oder? Oh, also, dass das nicht immer, dass das nicht immer noch unterhalten, dass das nicht immer noch unterhalten ist. Das ist ein Ding.